Sender Mania Productions präsentiert Ihnen einen einmaligen Scheißfilm. Vom Regisseur von Generation Mutation kommt jetzt endlich auf DVD die Killerkacke Trilogie. Sehen Sie drei haarsträubende Geschichten voller Angst, Terror, Panik und Ekel. Erleben Sie, wie alles anfing in Angriff der Killerkacke. Verfolgen Sie, wie das Unheil sich ausbreitete in die Rückkehr der Killerkacke. Und staunen Sie über das verblüffende Ende in die Rache der Killerkacke. Wachen Sie sich also bereit für die ultimative Kackeattacke. Neben Scheiß-Bonus-Material wie Scheiß-Making-of oder der berühmten, aber seltenen alternativen Scheiß-Sex-Szene. Enthält diese beschissene DVD zusätzlich noch den brandneuen Scheiß-Directors-Cut? Alle drei Scheiß-Kurz-Filme als scheiß 20-minütige Langfassung, inklusive nie zuvor gesehenen Scheiß-Szenen. Die Killerkacke Trilogie! Jetzt auf DVD!